Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der Antrag der Linken gibt uns heute die Möglichkeit, über die Erfolge der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der Großen Koalition zu sprechen. So sehe ich Ihren Antrag, der ja in einigen Punkten, in dem Fall sind es sieben Politikfelder, Defizite benennt. Aus Ihrer Sicht, ich finde den zum Teil sehr einseitig, sicherlich aus der Sicht eines Unionspolitikers, wenn man ja auch gerade betrachtet, wie sich die Wirklichkeit darstellt. Ich möchte gerne einfach mal darstellen, wie die Entwicklungen bei mir im Wahlkreis Berlin-Lichtenberg im Berliner Osten waren. Wir haben die Wiedervereinigung erlebt und danach die sozialen und gesellschaftlichen Umbrüche. 2005 auf dem Höhepunkt war die Arbeitslosenquote bei mir im Wahlkreis bei 17,3 Prozent. Damals hat sich die rot-grüne Koalition durchgerungen, mutige Arbeitsmarktreformen umzusetzen mit Unterstützung der Union. So ist die Arbeitslosenquote von damals 17,3 Prozent im Jahresdurchschnitt 2013 auf 10,8 Prozent gefallen. Das war das Jahr, wo ich in den Deutschen Bundestag gewählt wurde und meinen Beitrag leisten wollte im Ausschuss für Arbeit und Soziales, dass diese positive Entwicklung fortgesetzt wird. Wenn wir dann gucken, im Jahresdurchschnitt 2016 ist die Arbeitslosenquote in Lichtenberg noch bei 8,5 Prozent. 8,5 Prozent bedeuten, wir müssen uns um diejenigen kümmern, die immer noch Arbeit suchen. Im gleichen Zeitraum gab es die positive Entwicklung bei der Jugendarbeitslosigkeit. Die ist im Jahresdurchschnitt 2013 von 10 Prozent auf jetzt 8 Prozent gesunken. Also höchst erfreuliche und positive Zahlen. Wenn es um eine soziale Offensive geht, und da suche ich gerne auch das Verbindende, dann muss man natürlich auch ansprechen, dass es auch in den letzten Jahren Personenkreise gab, die von der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt nur zum Teil profitiert haben. Dazu gehören Langzeitarbeitslose, die in Lichtenberg mittlerweile einen großen Anteil annehmen, die leider Gottes nicht so einfach in Arbeit integriert werden konnten. Und auf der anderen Seite haben wir geflüchtete Menschen, die hier einen Bleibestatus haben, es ebenfalls nicht einfach haben, in Arbeit zu kommen und darüber ja auch die Integration richtig teilhaben zu lassen, weil nur eine richtige Integration über Arbeit erfolgen kann. Und dann ist es ja immer entscheidend, in der Politik auch konkrete Vorschläge zu machen. Ich habe in Berlin-Lichtenberg erlebt, bei der Abgeordnetenhaus war, dass der Anteil populistischer Parteien hochgegangen ist. Auch deswegen haben wir uns entschieden, ein Pilotprojekt in Lichtenberg auf den Weg zu bringen. Das nennt sich das Tandem-Job-Programm. Das Tandem-Job-Programm integriert immer einen Langzeitarbeitslosen zusammen mit einem Flüchtling in Arbeit. Es ist ein Pilotprogramm, was große Unterstützung von Karl Schiewaling, Peter Weiß aus der Arbeitsgruppe erfahren hat, woran sich freiwillig Lichtenberger Unternehmer, große Unternehmen beteiligen. Das Königin Elisabeth Herzberger Krankenhaus, ein großes Hotel, das Apacus Tierparkhotel, Unternehmen aus der Sicherheitsbranche, genauso wie auch soziale Unternehmen wie die Kiezküchen. Insgesamt werden so 20 Personen über die Möglichkeiten, die es schon heute gibt, der FAV, in Arbeit integriert. Das heißt, zehn Langzeitarbeitslose haben dadurch eine Beschäftigung, dass es auch zehn Flüchtlinge gibt, die gemeinsam von Unternehmen in Arbeit integriert werden. Das ist, glaube ich, ein Beitrag für eine soziale Offensive, auch in meinem Wahlkreis, wo man eben konkret Menschen helfen kann, in Arbeit zu kommen. Und wenn man dann schaut, in Ihrem Antrag, wo Sie eben nach Ihrer Auffassung Defizite benennen, wie die Frage der Schaffung des Wohnraums, auch Arbeitsmarktreformen, die wir nach Ihrer Auffassung noch nicht angegangen sind, im Gesundheitsbereich werden Defizite genannt, dann kommen Sie ja auch in Ihren neuen Forderungen an die Bundesregierung dazu, im Arbeitsmarktbereich Forderungen aufzustellen. Ich finde, ich will auf drei Punkte konkret eingehen, die Sie in dem Bereich der Arbeitsmarktpolitik auch formulieren. Erstens, Sie wollen den öffentlichen Beschäftigungssektor auf 300.000 Personen ausbauen. Also, mit meinem Hintergrund auch in Lichtenberg kann ich verstehen, dass es Personengruppen gibt, für die man Hilfe organisieren muss. Aber gleich von 300 Personen zu sprechen und das finanzieren zu können, ist, glaube ich, eine Herausforderung, die wir durch den Bundeshaushalt nicht stemmen könnten und nicht stemmen wollen. Zweitens formulieren Sie, dass Sie die Sanktionen abschaffen wollen. Bei jungen Menschen, das will ich hier ganz offen sagen, da gibt es ja auch bei uns Diskussionen, ob das immer so hilfreich ist, wenn die Personen dann aus dem Hilfesystem fallen. Aber grundsätzlich Sanktionen abzuschaffen, das lehnen wir natürlich selbstverständlich ab. Und der dritte Punkt... Der dritte Punkt bei Ihnen ist es, und das führt die Gesellschaft eben nicht zusammen, ist es, eine Sonderabgabe von 0,5 Prozent einführen zu wollen für die Arbeitgeber, um eben den Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Und dieses Gegeneinander-Ausspielen von Gruppen, das, finde ich, wird in Ihrem Antrag sehr deutlich. Auch deswegen ist es für uns als CDU, CSU hier sehr klar, diesen Antrag ablehnen zu können. Meine Vorrednerin Astrid Freudenstein hat ja schon sehr deutlich gemacht, dass der Antrag eine Zusammenstellung Ihres Wahlprogramms ist, wo Sie die unterschiedlichen Themenbereiche benennen. Ich bin gespannt, auch in der politischen Debatte, wie Sie diese finanzieren wollen. Und möchte an dieser Stelle den zahlreichen Unternehmern in Lichtenberg danken, die in den letzten Jahren tausende Arbeitsplätze geschaffen haben. Ich möchte dem Jobcenter Lichtenberg danken dafür, dass sie mit viel Initiative, mit vielen engagierten Mitarbeitern dazu beiträgt, dass Menschen in Arbeit kommen. Dort Lutz Neumann, den Geschäftsführer, und Michael Denker, den Bereichsleiter genannt. Und der Agentur für Arbeit in Berlin-Brandenburg, die eben ermöglicht haben, dieses Tandem-Job-Programm in die Wirklichkeit umzusetzen. Da war es vor allen Dingen Jutta Kort und Bernd Becking. Dafür meinen Dank an dieser Stelle. Und den Antrag der Linken, den müssen wir leider ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Martin Petzold. Nächster Redner, Volker Beck für Bündnis 90 Die Grünen.